Ich möchte mich ganz herzlich bei euch natürlich allen bedanken, auch die, die jetzt nicht mehr hier auf der Bühne sind, denn ihr habt mit eurer hervorragenden Leistung diesen Wettbewerb wieder zu einem Höhepunkt gemacht. Also es macht wirklich nicht nur viel Arbeit, sondern es macht noch viel mehr Spaß. Unsere Stadtkammerer, Herrn Schor, möchte ich ganz herzlich danken, dass Sie kurzfristig eingestiegen sind, unser Mitglied und unseren Schirmherrn Bürgermeister Schor zu vertreten. Gleicher Dank gilt auch an Markus Franz, Vorstand der Taunus-Sparkasse. Ich sagte vorhin, oder es wurde vorhin schon auch erwähnt, ohne diese Förderung der Taunus-Sparkasse wäre dieser Wettbewerb auf diesem Niveau in dieser Größe noch unmöglich. Also da gebührt der Taunus-Sparkasse stellvertretend durch Herrn Franz ein ganz, ganz herzliche Dankeschön. Aber es ist ja nicht nur die finanzielle Förderung, die wir sozusagen von der Taunus-Sparkasse bekommen, sondern Herr Franz hatte uns vor Jahren sozusagen auch Sonderpreise zur Verfügung gestellt, nur leider heute durch einen Terminwechsel leider kein einziger Gutschein hier dabei. Die Taunus-Sparkasse hat uns in diesem Jahr zwölf Gutscheine Sparmobilkonten von 150 bis 300 Euro gestiftet, die entsprechend auch an die Preisträger weitergegeben worden sind. Also für beides ganz, ganz herzlichen Dank. Nehmen Sie es bitte auch mit in den Vorstand der Taunus-Sparkasse. Ich sage nicht mehr viel über sozusagen das, was unsere Arbeit bedeutet, nämlich die Arbeit an der Generation für morgen, die unsere Gesellschaft sozusagen lenken und leiten wird, die eines Tages dann Herrn Schau sozusagen hier aus dem Rathaus vertreiben wird und sozusagen selber das Ruder in die Hand nimmt. Und Sie haben schon von mehreren Berufnern gehört, in welcher Qualität sozusagen die charakterliche, geistige Entwicklung der Jugend, wenn sie sich mit der Musik auseinandersetzt, egal ob Solo, Duo oder in einem Ensemble. Wir brauchen Unterstützung, nicht nur finanziell, indem Sie sozusagen den Spendenkasten dort entsprechend füllen, worauf ich Sie gerne bitten will. Da steht eine Antiquität zu einem Geigenkasten aus den 30er Jahren, finden Sie heute nicht mehr nämlich mit Krokodilleder bezogen, aber er freut sich sozusagen über das Geld von heute, egal ob es klimpert oder knistert. Und sollten Sie aus Versehen oder mit Absicht Ihr Portemonnaie zu Hause auf dem Nachttisch liegen lassen haben, die Taunus-Sparkasse hat uns nämlich schöne Überweisungsträger vorbereitet, die liegen direkt daneben. Aber noch viel wichtiger, damit wir langfristig oder mittel- und langfristig planen können, und mit mir meine ich sozusagen hier auch den Vorstand vertreten durch Benjamin Breimann und mein Freund Slotko, dazu komme ich gleich nochmal, ist es wichtig, auch Mitglieder. Wir haben zwar enorme Steigerungen, auch wenn wir sozusagen mit dem DAX vielleicht doch nicht so ganz mithalten werden, aber wir haben enorme Steigerungen, was die Anmeldungen anbetrifft. Letztes Jahr 287, dieses Jahr 323, aber die Mitgliederzahl von letztem Jahr auf diesem Jahr ist gerade um eine Mitgliedschaft gestiegen. 25 Euro kostet eine Jahresgebühr, nicht Monat, Jahresgebühr. Gehen Sie mal Abendessen, kommen Sie mit 25 Euro knapp aus, vielleicht beim Döner. Ja, unsere Assistentin, Emily Nordström, steht sozusagen neben dem Geigenkasten und hält Ihnen aber gerne sozusagen auch ein Antragsformular aus. Ich sehe einige Mitglieder hier, denen ich auch ganz herzlich danken möchte. Ich sage dir nur 25 Euro, aber das multipliziert, das gibt uns sozusagen eine Basis, auf der wir kalkulieren können. So, jetzt Benjamin Breinmann, komm doch mal etwas näher. Ich darf den Herrn duzen, denn wir arbeiten schon so, so lange zusammen. Er ist musikalischer Leiter, er ist Klavierpädagoge, er ist renommierter Konzertpianist im In- und Ausland, was in meiner Rede nicht drinsteht. Er leitet auch noch sozusagen ein Kammerorchester in Frankfurt, er leitet auch noch zwei Chöre, darüber hinaus auch noch die Musikschule in Schwalbach. und er leitet das Wettbewerbsbüro mit 323 Anmeldungen und die Sonderwünsche, die dann kommen, ich kann da nicht, ich will da nicht, und, 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 und. Also wirklich ganz, ganz, ganz herzlich danken. Du bist wirklich wie ein Fels in der Brandung. Ehrenamtliche Arbeit schafft uns sozusagen auch die Möglichkeit, diesen Wettbewerb so zu gestalten. Da drüben versteckt sich in der dritten Reihe mit dem schwarzen Hemd, steht doch mal kurz auf, bitte Sven Slotke, Vorstandsmitglied. Und er ist nicht nur hier engagiert, einfach sozusagen ein paar Preise zu überreichen, sondern auch während der Vorspielwochen, da glauben Sie, das ist Arbeit hinter der Bühne, während die Jugendlichen vorne musizieren. Aber es macht Spaß. Und ganz herzlich möchte ich auch bedanken, den Damen und Herren aus der Aumühlenresidenz. Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, warum. Vorhin wurde es zwar kurz von Herrn Schor erwähnt, aber die Stadtrezidenz, so wie sie früher hieß, durfte ich von der Baustelle aus eröffnen und einige Jahre leiten, bevor es den Kollegen von Herrn Schor gelang, mich sozusagen hier ins Rathaus rüber zu holen. Aber ich leitete die Stadtrezidenz und habe mit ihr sozusagen auch das Kulturprogramm dort gestaltet. Und dort wurde der damalige Vorläufer vom Mendelssohn-Wettbewerb aus der Taufe gehoben in der heutigen Aumühlenresidenz und freue mich, dass sozusagen quasi aus meiner alten Wirkungsstätte einige Vertreter hier sind. Besten Dank, kommen Sie gut nach Hause und entschuldigen Sie, dass wir, oi, oi, ich schaue lieber nicht auf die Uhr, unsere Zeit doch erheblich überschritten haben. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.